Ja, Amazing Leg wieder, Digger. Amazing Leg, Liebe kommen mit. So, zack. Jetzt. Ich liebe den Server. Er ist so gut. Ich erforsche jetzt ganz neue Welten, Alter. Bonio, meine Freunde, ich bin mit einer Runde Bad Wars heute zusammen mit, 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 mit in der rechten Seite Bergmann. Hallo. Na, guck, der ist sexy. Alles sweet of life. Willst du mal einen echten Hasen singen? Oh yeah. Sweet Hasis. So, ich hab zwei Blöcke, weil der so super hier drinsteht. Du machst das so toll. Ich liebe das. Ja, Nele, Nele, Nele. Nele macht das toll. Nele, Supi, Supi, Nele, Supi, wie genau kann ich mich hier nicht reinstellen, damit ich eins kriege? Nele ist erstmal auf K, Supi, Nele. Klasse Typ, ey. Bummer, haben wir noch Curry King? Ja, ne, der hat wieder nur gefarmt und jetzt wurde er sich ganz viel Lederrüstung. Und das ist total wichtig am Anfang. Oh. Oh, einmal diesen Modus normal spielen. Ne, nicht normal, sondern einfach Team, Teamgedanken. Ja, normal. Das ist so leicht gesagt. Ich bin, ich bin ein leichter Typ. Ich bin ein frittier. Oh Gott, ich hab keine Bescheidung. Focuse dir das Gold, Digga. Guck mal, Guck mal, Burgi Direkt, Trick 17 angewendet, ja. Ja, hab ich gehört. Ja, hab ich gehört. What on the street, ey. Zack, zack, zack. Ne, wir gucken uns das erstmal an, war ein bisschen irritiert, da ich mich vielleicht schon in die Mitte gebaut hab, so schnell ist es gar nicht gewohnt, ey. Ja. So, okay. Sweetness, blauer, kommt höchstwahrscheinlich zu uns. Äh, höp. Sweet sweetness, sweet cherry oh. Coming for you carry me home. Rot ist weg. Wow. Sweet cherry oh. Cheer me home. Oh, die Dudes. Nein. Oh Gott. Was denn? Unser Bett wäre fast weg gewesen. Oh Gott. Coming for you carry me home. Ich bin heute voll im Country Mode. Ich merke das gerade. Ist voll sweet, Alter. Voll sweet, oder? Also, das ist vielleicht mein neues Ding. Ich mach das so wie Taylor Swift, nur dass ich erst Pop war und jetzt Country werde. Okay. Okay. Ich wollte gerade sagen, wieder Nele steht ein bisschen in der AFK am Eisenhorn. War aber nicht Nele. War ein anderer, der AFK rumsteht. Amazing. Nele hat sich noch keinmal aus der Base bewegt. Und springt runter. Na. Geil on. Alter, wir haben die richtig guten Mates. Ich hatte gestern mit Paluten einen. Boah, da bin ich tatsächlich wieder ausgerastet. Ich hatte lang kein Badwars-Auswasser mehr. Aber der Dude hat es echt wieder auf die Spitze getrieben. Kommt rein, weißt du. Wir spielen Wonderland. Ja. Und was macht er? Wir bauen uns hoch. Oh, okay. Oh, ein bisschen. Wir bauen uns hoch am Anfang bei Wonderland und er baut einfach immer unsere Blöcke ab. Nur er durfte die Blöcke platzieren. Sonst hat er alles abgebaut immer direkt. Okay. Richtiger Arsch. So, und dann kam wieder so ist doch voll funny, Leute. Voll witzig. Trolololololol. Und ich denke mir so, Junge. Der hat original uns die ganze Zeit daran gehindert, vernünftig, einigermaßen vernünftig zu spielen. In irgendeiner Form. Weißt du? Richtig, richtig übel. Und dann war wieder so die Situation, da haben wir gesagt, okay, die Aufnahme nehmen wir eh nicht, weil wir sind beide an die Decke gegangen. Beziehungsweise nicht tatsächlich mehr als Palle. Und dann haben wir uns halt annickt und haben ein ernstes Wörtchen mit dem geredet und dann war direkt wieder so, ach nee, sorry. Sorry, Paluten. Und dann denke ich mir immer so, ach Junge, weißt du, allen normalen Leuten willst du deinen Spielspaß verderben, aber nur weil, oh Gott, da ist jemand durch. Da ist jemand durch. Der macht immer denselben Trick hier. Ja, das ist lame. Oh. Tschüss. Oh Gott, ey. Er ist aber auch ein bisschen obdachlos, ne? Weißt du was? Die blauen rushen noch die ganze Zeit, ihr blöden Spackos. Dann rushe ich jetzt auch einfach. Er hat es ganz gut gemacht. Das ist auf jeden Fall ein Pro-Gamer. Er macht auch ESL. Provisionell. So bergig geht er direkt rein. Ja, komm, komm, komm. Komm, komm, runter jetzt hier. Oh, das Gold hier unten. So, jetzt tot, Alter. So, ein Gold noch. Ein Gold noch. Dann bist du, ne? Sind wir grün? Digga, was ist bei dir? Digga, nicht bei dir. Oh, oh. Hä? Irgendwann bei uns? Nein. Pff, okay. Oh, Mama. Ja, guck mal, sie bauen sich. Oh nein, Nele hat es wieder. Nele ist tatsächlich ein Held, Alter. Echt? Hat Nele sich drüber gebaut? Diese Runde, Alter. Okay, okay. Blau hat einen Bogen. Ach, crap. Ah, ich wollte mich so cool rüberbauen. Ich wollte einmal MC Expert. Einmal MC Expert machen. Die haben einen Bogen und jetzt einen seitlichen Weg, ja. Das ist nicht so geil, Lon, alles hier. Du hast einen Bogen. Ja, ja. Willst du den haben, oder? Ne, ne, mach du mal, Dev mal kurz. Ich probiere mal hier ein bisschen Trick 3 aus. Trick 3. Trick 3. Im großen Buch. Der Trickster. Da kommt wieder einer. Jetzt ganz runter, okay. Ey, man muss hier immer so aufpassen, ne? Dass die Dudes nicht einfach... Ja. Ich will nicht ganz genau sagen, ey, was die hier gemacht haben wieder. Die haben doch ne Meise, Leute. Coming photos, carry me home. Country roads, take me home. Ist Bett weg. Alle drehen sich um. West Virginia, Mount Mama, take me home. Tot. So. Aber unser Bett ist noch. Alles easy, alles easy. Wir machen das. Wir machen das, Dinger. Wir machen das. Aber wir haben das einziges Bett noch ein Team, oder? Wir machen das einziges Bett noch ein Team. Willkommen in unserem Himmel. Oh. So, äh, was geht ab? Gehen wir bei uns? Ne. Da unten? Ne, das ist... Ich vergesse mal, welche Farbe ich bin. Ich... Ich... Ich hab was ganz Falsches verstanden. Ich fick erst mal, welche Farbe ich bin. Ja. Ja, klar. Berg, ich fick erst mal die eigene Farbe. Willkommen. Völlig naheliegender Satz, oder wie? Ich fick erst mal die eigene Farbe, die ich bin. Was? So, dann mach ich mir das mal hier. Dann mach ich mir mal ne Sweetness-Rustung, oder wie gesagt. Und auf einmal rushen sie nicht mehr, ne? Das ist ja kurios. Berg, ist so still? Gerade dich am Destroyen, oder? Ja, ja. Ich hab Gelb gerade rausgehauen. Nice. Ein blauer kommt in the middle of the street. Aua, er versteht das System mit dem Springen auch noch nicht so ganz. So, zack, zack, zack. Wo ist die? Wo ist die sweetest number hier? Guck mal hier. Guck mal hier. Sweetest number. Sweetest numberchen of life. Er probiert es. Er probiert es. Er probiert es. Bergwärts. Es gibt auch Mützen übrigens dann. Es gibt auch Mützen. Mützen, ja, die sind, die sind, die sind, unser Wett ist fort, ne? Nein. Doch. Oh. Aufpassen, aufpassen. Jetzt nicht sterben. Nee. Wir haben gewonnen. Okay. Und G-G-Unit. Zup, zup, zup. Zup, zup, zup. Lol. Lol, Digga, lol. Hier? Hier? War voll nice, Digga. War echt nice, Digga. Und weil das eine 6-Minuten-Runde war, die noch sehr spannend war, hängen wir jetzt noch eine kleine Runde dran. Und zernichten alle. Ich mach direkt ohne Cut, weil wir Viecher sind, okay? Digga! Bist du direkt bereit? Viecher? Vieching out of the universe. Amazing Viecher. Was machen wir? Was schnell geht, Alter. Seampunk. Rein. Slash. Start. Eine Sekunde gespart. Woo, amazing. So, und los geht's. Los geht's, Alter. Okay. Wir stürmen die Base. Cutlass, Cutlass, Flawless, Flawless. Wir machen jetzt keine Gefangenen. Flawless. Wir rushen durch. Flawless. Durchwashing. In der Mitte sein, bevor das Gold spawnt. So, zack, zack, zack. Das ist the plan of the universe. Oh, nee, wir haben Faggot. Oh, yeah, baby. Komm, komm, komm. Man nimmt sich doch nur 10 raus. Man, 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 man. Los, los, los. Das ist aber echt cool, ne? Das ist echt so, hat keiner offen ausgesprochen. Aber ich mach auch mal, bis ich 10 hab und dann bin ich aus. Ja, genau. Bis ich 10 ist eigentlich eine ganz gute Taktik für die Leute, die das vielleicht noch nicht kennen sollten. Bis 10 ist eine ganz gute Taktik. Pass auf, hier ist ein Loch. Ja, alles gut. Mit Löchern kenne ich mich aus. Entschuldigung, ich bin professionell hier. Genau. Da fall ich nämlich jedes Mal rein. Oh, okay. So, pass auf, ich geh zu dem, Alter. Zack. Ich sprinte durch. Ich denke mal, grün könnte weg sein. Nice, 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 okay. Achso, nice. Ja. Okay, nice, okay. Ich bin auch gekippt. Wo sind wir? Wir sind rot, ne? Alles gut. Unser Dude hat gerade wieder eine schwere Behinderung. Gut. Ist du blau? Apple? Warst du das blau? Nee. Okay. Grün ist auch weg. Moment, hä? Wer fehlt denn da noch? Äh, ja. Okay. Do you remember? Oh Gott! Hast du gelb aus? Wie, 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 ich hab tot, ja? Alles gut. Alles gelb komplett gut? Alle weg, alle weg, alle weg, alle weg. Alle down. Jetzt, äh, vernichten. Schnell, 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 schnell. Wer geht hier so ab? Digga, wer geht hier so ab? Ich will das nicht. Was geht hier so ab? Was hat er denn für ein Problem, unser Ruder? Äh, weil der grün ist doch komplett raus. Wo ist denn blau? Sind die der Base? Ja, einer ist unten im Rad. Einer ist unten im Rad. Weil du den noch nicht gesehen hast. Ja, da arbeite ich mich gerade dran. Ja, die sind beide da. Einer ist rechts, der fällt jetzt so oder so runter. Zack, 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 zack. Oh, ich bin hier aber auch in den Spinnennetzen drin. Das ist gerade ein bisschen scheiße. Ist er, okay, er ist immer noch da. Ich muss ihn tot prügeln. Alter, alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Und... Junge, Junge, Junge. Nein, nein. Oh Gott, er ist in dem Wasserfall, Alter. Er ist in diesem dummen Wasserfall. Ganz unter der Base. Was, hast du ihn? Nein. Ich falle runter. Fuck. Du fällst komplett runter. Ja, ich hatte das auch gerade. So ein dummer Spacko. Der hat uns jetzt die Zeit gekostet. Ja. Der hat uns jetzt die Zeit gekostet. Das wäre ein neuer Rekord gewesen. Er ist schon wieder da. Oh, ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich hab's gerade gesagt, ich hasse dich. Ich hab's genau gehört. Das hab ich doch gehört. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh, mit was für einem Schlag, Alter. Nice. Out of the universe. Double G to the G. Double G to the G. Ey, das war eine richtig gute Runde, möchte ich mal kurz betonen. Wie wir ausgerastet sind. Wie wir ausgerastet sind gerade. Das war so richtig schön flawless. Das ist das, was man mal wieder möchte. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Schaut auf jeden Fall bei Beggy vorbei. Amazing Adventures, Kalender of the Lifetime of the People. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Beggy natürlich, ganz ruhig, den haben wir schon mal verlinkt. Bei 8000 Likes passiert nix. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.